Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht mal wieder ein neuer Hintergrund. Ich bin jetzt nicht mehr in Baden-Baden, sondern in Rosenheim, wo morgen das German Masters startet. Aber wir wollen natürlich auch nochmal in die heutige Frauenbundesliga-Runde reinschauen. Und weil ich eine sehr, sehr lange Partie gespielt habe und sie phasenweise nicht allzu spannend war und dann in anderen Phasen auch irgendwie schlecht, habe ich mich entschieden, wir schauen mal die Naras Partie an, denn die war sehr, sehr spannend. De Nara spielte mit Weiß gegen Regina Teisel-Pocorna aus Österreich. Wir spielten gegen die Rotowischer Schachmietzen, die durchaus ein starkes Team sind. Und wir schauen uns mal an, was De Nara gemacht hat. D4, Springer F6, C4, E6 und Springer F3. Hier deutet sich also langsam katalanisch an, so kommt es auch. Auch Schwarz nimmt auf C4, das ist eine typische und häufig gespielte Theorie-Variante. Auch Hade, Springer C6 und Springer E5. Der ist jetzt nicht super häufig, aber auch kein so seltener Zug und Schwarz reagierte hier noch richtig. Weiß möchte nun den C-Bauern mit dem B1-Springer abholen, denn natürlich möchte man gern so viele Figuren wie möglich aktivieren. Und nach C schlägt D4, Springer schlägt C4, verteidigt Schwarz den Bauern auf D4 noch einmal mit Läufer C5 und bereitet die Ruchhade vor. Läufer F4 und Ruchhade. Und hier Dame B3 und hier wich Schwarz von, ja sag ich mal, etablierter Theorie ab. Der typische Zug hier ist Dame C8, nach Turm C1, Springer D5. Und hier habe ich geschaut, ist eine der Hauptvarianten, so zu spielen und dann mit Turm C8 vorzusetzen. Schwarz steht hier sehr solide, Weiß wird mit Sicherheit früher oder später den Bauern auf D4 zurückgewinnen und das Läuferpaar haben, aber Schwarz kann vielleicht in der Zwischenzeit auch noch die üblichen Figuren, also insbesondere den Turm von F8, aktivieren. Ja, Springer schlägt E5 kaum stattdessen. Das ist wahrscheinlich schon eine kleine Ungenauigkeit. Und nach Dame B6 könnt ihr gern mal darüber nachdenken, wie ihr hier fortsetzen würdet. Denn hier hat Weiß durchaus einige gute Optionen und einige interessante Optionen. Die Nara hat auf B6 geschlagen. Wahrscheinlich wäre es etwas schlauer, erstmal auf D7 zu schlagen. Schwarz muss zurückschlagen und nun kann man auf B7 nehmen. Und der Hauptpunkt ist hier, dass der Turm ja kein so tolles Feld hat und jetzt kann man auf B6 schlagen und zum Beispiel B4 spielen. Wichtig ist, der Turm steht hier nicht mehr auf A8. Die Nara hat erst auf B6 geschlagen und hier zum Beispiel ist ein Punkt, dass Schwarz nur mit dem Bauern schlagen kann. B4 geht jetzt nicht mehr. Und insbesondere nach Läufer B7 hat man auch Turm A7, Läufer F3 und Läufer B5. Und hier hat Schwarz auf jeden Fall gutes Gegenspiel gegen den A2-Bauern. Und hier ist nicht ganz klar, ob Weiß wirklich noch besser steht oder die Stellung einfach ausgeglichen ist. Stattdessen kamen Läufer B6 und jetzt Läufer B7. Und hier steht Weiß auch wieder angenehmer. Und die Nara versucht es direkt, dem Läufer auf B6 ungemütlich zu machen, indem sie den A-Bauern losschickt. Okay, Schwarz versucht den Läufer zu tauschen. Das möchte die Nara natürlich nicht, denn Weiß steht hier aktiver und sollte daher möglichst viele Figuren auf dem Brett behalten. Springer D5 und hier Springer C6. Eine sehr interessante Idee. Und nach Springer schlägt F4 fand ich auch die Narrers Entscheidung sehr, sehr spannend. Weiß hat hier natürlich zwei Möglichkeiten. Man kann einfach auf F4 zurückschlagen oder man kann auf D8 schlagen. Und das gewinnt erstmal eine Qualität. Aber nach Springer E2, Läufer E2 und Turmschlägt D8 ist die Stellung zugegebenermaßen nicht so klar. Schwarz hat hier einen starken Freibauern und das Läuferpaar. Und ich kann verstehen, dass die Nara sich hier nicht sicher war, dass die Stellung leicht zu verwerten ist. Und dass sie deshalb lieber wiedergeschlagen hat, denn der Springer auf C6 ist sehr, sehr stark. Und aktuell ist es überhaupt nicht klar, ob der wirklich schlechter ist als der Turm auf D8. Es folgte Turm D7 und A5. Läufer D8 und Turm D1. Also Weiß möchte jetzt gerne den Bauern zurückgewinnen. Läufer F6. Und hier A6. Der Nara legt den Bauern auf A7 als Schwäche fest. Das bedeutet, dass der Turm jetzt kaum noch von D7 wegkommt, denn wenn Weiß diesen A-Bauern jemals nehmen sollte, dann ist der A-Bauer natürlich auch sehr, sehr schnell. Hier spielt der Schwarz H6. Besser wäre es wohl sowas wie Turm C7 zu spielen. Weiß zu zwingen, auf D4 zu nehmen und dann den Turm zurückzuziehen. Aber das ist natürlich nicht ganz einfach. Die Idee ist es, dass man jetzt Druck gegen den A6 machen möchte und nach Läufer E2 kann man zum Beispiel Turm B6 spielen. B2 ist etwas geschwächt, A6 ist etwas geschwächt, aber Weiß hat natürlich auch einen Bauern mehr. H6 folgte in der Partie und hier könnt ihr auch gerne mal nachdenken, wie ihr spielen würdet. Die Nara hat hier den besten Plan gefunden, aber die Umsetzung war jetzt konkret nicht die beste. Der beste Weg ist aber auch nicht sehr leicht zu berechnen. Weiß sollte ich hier irgendwie mit B4b5 fortsetzen. Und tatsächlich ist das direkt möglich. Ich nehme mal an, dass D3 irgendwie etwas unangenehm aussah und das ist völlig verständlich. Hier sollte man den Bauern angreifen und nach D schlägt E2 einfach nehmen. Die weiße Bauernstruktur am Königsflügel sieht nun katastrophal aus aber hier geht es nicht um den Königsflügel, hier geht es nur um den Damenflügel. Und nach Turm D1-Läufer D1-Läufer D7 kann man auf A7 nehmen und nach Turm A8 kommt tatsächlich noch ein wichtiger Zug, den man vielleicht sogar schon vorher sehen sollte und das ist natürlich das Schwierige an dieser Stellung. Hier kann man B5 spielen. Denn nach Turm A7-B6 gewinnen die beiden Bauern leicht, denn zwei Bauern auf der sechsten Reihe gewinnen gegen den Turm. Und genau das passiert hier. Die Nara hat erst Turm A4 gespielt, also sie geht einfach aus dieser Läuferdiagonale raus. Ein sehr menschlicher Zug und sehr starke Idee. Hier sollte Schwarz wahrscheinlich immer noch D3 spielen, aber auch das ist nicht einfach. Sie spielte G5 und versucht so etwas die Figuren zu aktivieren und etwas Luft zu bekommen. Die Nara hat geschlagen und B4. Jetzt kommt der weiße Plan. König G7 und B5. Turm H8. Schwarz hat so ein bisschen das Problem, dass die Stellung sieht nicht so schlecht aus, aber es gibt da irgendwie wenig aktive Züge, also wenig Züge, die eine Idee haben. Und auch Turm H8 fällt da ehrlich gesagt drunter, aber ja, wo soll der Turm hin? Die Nara hat hier B6 gespielt und vielleicht wäre es besser gewesen, erst mal so etwas wie Turm C1 zu spielen und Turm C4 und langsam die Lage zu verbessern, aber es ist auch nicht unbedingt notwendig. Nach B6 schlug Schwarz mit dem Läufer auf A6. Man sollte aber auch A schlägt B6 natürlich berechnen. Erstmal A7 ist sehr logisch und nach Läufer B7 Springer B8. Hier kann Schwarz nun auf F3 schlagen. Ja, ich würde sagen, hier ist recht klar, dass man nicht auf F3 schlagen soll, denn hier kann Schwarz nicht schlechter stehen mit den ganzen Bauern und dem Läufer gegen den Turm. Deshalb Springer schlägt D7, das nimmt die Qualität weg und nun Läufer C6. Turm hängt, Springer hängt. Wieder Springer B8. Und hier kommt eigentlich wirklich die interessanteste Variante dieser Partie, weil Schwarz nimmt auf A4. Jetzt hängt der Turm auf D1 und zum Beispiel A8 Dame ist tatsächlich einfach schlecht wegen Läufer schlägt D1. Der E2 hängt, diese Fesselung ist sehr unangenehm für Weiß, also der Springer auf B8 wird wahrscheinlich nicht auf dem Brett bleiben und Schwarz hat schon Turm, Läufer und zwei Bauern für die Dame. Das ist sogar gar nicht schlecht. Stattdessen kann Weiß aber natürlich Turm D3 spielen, denn A8 Dame kommt auch im nächsten Zug noch und nach Läufer E5, A8 Dame kann man Läufer C2 spielen und nach Turm G3 sollte man tatsächlich nicht nehmen, sondern lieber Läufer G6 spielen. Man möchte nämlich den Springer auf B8 noch nehmen und dazu braucht man den Läufer. Und nach Turm schlägt G5, Läufer H2 König, F1 Läufer schlägt B8, ist der Computer gar nicht so super begeistert von der weißen Stellung. Also Weiß steht besser, aber die Bewertung lässt ein bisschen darauf schließen, dass das hier eventuell eine Festung sein könnte. Was man natürlich ein bisschen nachvollziehen kann, also wenn wir zum Beispiel diesen Läufer uns auf F6 vorstellen, dann ist es wirklich schwierig, mit Weiß Fortschritte zu erzielen, denn die beiden Läufer würden den König gut decken, die Türme neutralisieren sich und ja, einfach keine leichte Stellung. Aber erst mal das bis hierhin zu berechnen, ist wirklich nicht leicht und wenn man sieht, dass Weiß hier eine Dame bekommt, dann will man das vielleicht auch automatisch nicht. In der Partie folgte Läufer A6 und hier könnt ihr auch gerne mal überlegen, wie ihr mit Weiß fortsetzen würdet. Hier ist nämlich der einzige und der logische Zug, Turm schlägt A6 und ich bin mir nicht ganz sicher, was den Ara hier gestört hat. Also Weiß hat eine Figur mehr für einen Bauern. Natürlich hat man hier noch zu tun, aber man gewinnt die Partie. Ich vermute, dass sie eher nach B schlägt A7 die schwarze Verteidigung nicht gesehen hat, was auch nicht so einfach ist. Schwarz sollte hier G4 spielen. Die Idee ist es, den Läufer wegzulocken vom E2-Bauern. Den sollte Weiß vermutlich nicht geben, deshalb Turm schlägt A6 und nach G schlägt F3. Darf Weiß nun nicht A8-Dame spielen, denn in dieser Stellung verliert Weiß sogar. Denn wir bekommen wieder dieses Motiv mit den zwei Bauern auf der dritten, beziehungsweise hier sogar auf der dritten und zweiten Reihe gegen den Turm. Aber Weiß kann natürlich auf F3 nehmen und nach Turm A8, Turm D3 steht Weiß klar besser. Also der Bauer auf A7 ist natürlich was wert. Aber hier muss man auch noch kämpfen. Also hier ist die Partie noch nicht entschieden. Denn es ist erstmal nicht so einfach, den Bauern durchzubringen. Stattdessen folgt da aber Läufer B7 und hier nach Springer B8. Läufer schlägt F3 hoch und jetzt Springer schlägt D7. Läufer schlägt E2. Folgt der Turm B1. Eine Idee ist zum Beispiel Turm B8 und nach D3 schluckt Dinara auf F6. Jetzt droht A8-Dame. Und am Ende wird Weiß zwei Türme gegen Läufer und diesen Bauern auf D3 haben. Und man wird es wohl schaffen, einen Turm gegen den Läufer und den Bauern abzugeben. Dann hat Weiß einfach einen Turm mehr und deshalb hat Dinaras Gegnerin aufgegeben. Das war sehr gut, weil das hat uns im Mannschaftskampf ja nach vorne gebracht. Also es waren zu dem Zeitpunkt bereits zwei Partien Remis geendet, beziehungsweise ja, um den Zeitpunkt herum. Dinara hatte gewonnen und an Brett 1 sah unsere Stellung fantastisch aus. Dementsprechend sah es gut aus, dass wir das Match gewinnen. Meine Stellung war noch recht anrühchig. Sie war auch schon schlechter wahrscheinlich, aber zu dem Zeitpunkt war sie immer noch kritisch. Und auch an Brett 5 wurde es irgendwie knapp. Aber ja, plötzlich endete Brett 1 Remis und an 5 verloren wir, aber meine Stellung wurde wieder besser. Allerdings erreichte ich ein ziemlich remises Endspiel, was ich dann irgendwie noch gewinnen konnte. Ist mir bis jetzt nicht klar, wie das genau passiert ist, weil ich wirklich aus der Öffnung ganz, ganz schrecklich stand. Aber ja, wie gesagt, meine Partie heute war sehr lang, deswegen habe ich mich entschieden, euch eine andere zu zeigen, die auch insgesamt, würde ich sagen, viel interessanter war. Und am Ende konnten wir das Match mit 3,5 zu 2,5 gewinnen. Damit haben wir jetzt nach vier Runden auch acht Mannschaftspunkte, also alle vier Matches gewonnen. Das ist natürlich sehr gut, weil wir wollen natürlich auch diese Saison Meister werden. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Die nächste Frauenbundesliga-Runde steht im Januar an. Aber jetzt, wie bereits erwähnt, ab morgen fängt erst mal das German Masters an. Ich werde natürlich versuchen, euch auch beim Turnier mitzunehmen. je nachdem, wie es meine Energiereserven und auch meine Stimmung zulassen. Also drückt mir die Daumen, dass ich zumindest gute Laune habe, dann kommt auch öfter mal ein Video. Bis dahin hoffe ich, die Partie hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!